Wie, 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 wie soll ich denn die bekommen? Ich glaub's nicht, 500! Es ist ein bisschen übertrieben, oder? Alter! Oh, das gibt's doch nicht hier. Ah, du! 500 Rubine. Kann ich überhaupt so viel tragen? Oh Gott. Das bekomm ich nirgendwo. Ich bin aufgeschmissen, das war's. Nimm das! Hm. Nein, und war das in... ...der anderen Zeit? 500, oh, ich glaub's nicht. 500! Mama, nein! So. Die selbe, wow. Gut, ich glaub, ich kann hier irgendwie noch so'n... ...so, äh, die man bei der Fehl bekommt, so'n Teil freischalten. ...mit Feuer, wo mich Feierungen gibt, oder Nairus Umarmung, zum Beispiel sowas, meine ich. Meine ich zumindestens. Wo soll ich die 500 Rubine... Ach, die ziehen wirklich zwei ab, das gibt's doch nicht. 500 Rubine, ich kann es einfach nicht glauben. Hier, nimm das als Geschenk. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ah, er kommt. Ta-da-da-da! Unser erstes... Mal sehen, was das ist. Guacke. Ah, ja. Geil. Ich brauch im Moment jedes... ...Geld. Ah. Alles besser so. Ja, ich glaub, nie, das ist nicht schlecht. So, sehr gut. Komm mal. Ja, jetzt muss ich Geld sammeln. Aber wo bekomme ich das her? Oh, Herz. Stirb. Das hier ist ja ein Wassertempel, und ob... ...weiß ich einfach, man braucht das um 100%ig, ja? Mal sehen, wo wir hinkommen. Hier ist ein Haus. Vielleicht kann man hier irgendwie um Geld was machen. Nein. Oh, der klaut immer Sachen. Schlimm wäre, wenn er nie einen Klauen würde. Selbst die Wachen wurden verwandelt. In Schweine. Das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo eine Geldquelle liegen. Ich versteh's nicht. Nein, so. Was ist das für einer? 300! Du bist geil! Ey, will der mich verarschen? Er hat mir 300 gegeben. Warum das denn? Danke. Es hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er mir 300 gibt. 300! Jetzt brauche ich nur noch 60, und... ...meine Laune... ...ist unglaublich gut. Ja, solange ich jetzt überleben sollte. Notfall drücke ich das hier. Ah, Scheiße. Gut, jetzt brauche ich nur noch 60 Rubine. So, 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 so. Stirb, stirb, stirb! Ach, sch- Was? Ach so, ja. Na gut. Ich hab vergessen, dass die zwei hier ab... Was? Stirb! 300 Rubinen, das ist doch mal was. Ich tränke mich auf, danke. So. Stirb jetzt, du Arsch. Was? Ich dachte, er wird tot. Geld, 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 regier die Welt. Warte, so. Äh. Übertrieben. Da ist der Eistempel. Wer ist da nochmal der Endgegner? Keine Ahnung. Stirb doch jetzt, du Arschgeige. Oh komm, ich brauch nur noch 56. Das ist unmöglich, ey. Diese Scheißteile. Was wollt ich extra machen? Warte. Warte. So. 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 So, suche ich hier nach Münzen. Weh! Geil. Was, aber eine Mine? Sind wir hier im Zweiten Weltkrieg, oder was? Stirb! Ich sage dir, stirb. Ey, wenn ich sage, du sollst sterben, dann sterb auch. Alter. Wo ist eine Geldquelle? Frage ich mich. Wo ist Geld? Alter, ich komme immer auf die einzig Schlag, dass... ...den Laptop gleich in die Ecke, ey. Ja, hier ist eine Truhe, stimmt. Hier sind doch Truhen. Überlegen. Wie komme ich daran? Eventuell, wenn ich das hier so hinschiebe, das hier so hinschiebe, das hier so hinschiebe, kann ich das nicht so hinschieben und dann auch nicht das machen. Obwohl, dann kann ich das hier machen und ich das noch und dann, wenn das 50 wären... Nein, das ist natürlich nicht. Wie komme ich da, wenn ich das hier runterschiebe, kann ich das so schieben, das so, das so, dann bin ich da. Ach, acht Stück noch. Ja, und 507. Happy Birthday. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft.